Hi, willkommen zum zweiten Tag meines Adventskalenders, willkommen zum dritten Tag meines Adventskalenders, willkommen zum fünften Türchen meines Adventskalenders, willkommen zu einem neuen Türchen! Hallo da oben! Okay, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Ich meine, wer hätte nicht Angst vor einem Full Iron? Okay. 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 Okay, da kommen gleich zwei. Da gehe ich mal ganz schnell in die Wand rein. Und er hat mehr Suppen als ich. Höchstwahrscheinlich. Ja, ich kann nicht suchen. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay, habe ich keine Chance raus zu suchen. Ich wusste, dass die ne Trap unterm Feast haben. Bist du irgendwie verwirrt? Ich darf nicht so lange da drin bleiben. Ich gehe mal weiter hier runter, weil da sind wir dann doch ein paar zu viele Spieler. Ich glaube, dass alle schön in Lara schwimmen. Viel Spaß! Ich stecke mir hier ein paar Kills. Der erste ist tot. Der zweite ist auch tot. Der dritte ist nicht weit entfernt davon. Na komm. Oh, da ist Lava. Tschüss! Tschüss! Ja! Eins ab! Okay, jetzt haben wir ja den getötet. Oder war ich das? Tschüss! Gefällt es ihnen hier? Schaut aus wie so ein Hühnchen. Ich glaube, mein Bogen mag er lieber als mein Diaspett. Oder denkt ihr, ihr mag meinen Diaspett lieber? Na komm. Ich glaube, du magst meinen Diaspett lieber. Gebot ist gemankt. Oder auch nicht. Ups! Hu 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 hu. oh man oh man ja 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 oh hat dann den minor pickaxe gedroppt das heißt ich hab jetzt gleich gaaanz einmal schön ins loch natürlich hol ich den falschen rein aber jetzt gehst du da schon rein ins loch dann sollte ich dich getötet haben und dich sollte ich auch getötet haben das ist das ist das ist das ist das ist das ist das das ist 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 und den dritten haben wir auch das ist das ist das ist das ist auch das ist oder das ist einen haben wir einen anderen wir können wir mal auf unserem Hottehü Hallihallo meine Freunde Willkommen auf eurem wunderschönen Tower Bitte beehren sie uns bald wieder Oh der ist tot Dankeschön Ich bin wieder oben Das hast du toll gemacht Tschüss Dankeschön Ja hallo Und ihr könnt dann auch einfach den jungen Mann töten und dann sind wir hier oben dann bleibt man einfach so ohne zu springen Nochmal Schwerd ist nicht kaputt Gegen den Diaspett ist ja okay Und das Team Skate schon immer Ja das ist halt unniss Mir auch leid sie gehen raus an der Stelle aber So ich hoffe dieses kleine Best of hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen Ich wollte mich hier auch nochmal an Olaf bedanken Der mir wirklich jeden Tag meine Türchen Somethings gemacht hat Deshalb wäre es super nett von euch Wenn ihr ihm einfach mal ein Follower auf Twitter da lassen könnt Oder ihm auf YouTube abonnieren Beide Links sind in der Videobeschreibung Einfach mal auschecken Bitte Nochmal vielen vielen Dank an dich Ach ja Falls ich euren Clip vergessen habe Aus dem Adventskalender Den ihr besonders gut gefeiert habt Dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare Ich weiß nicht Das war so alles was An das was ich mich so erinnern konnte Ich weiß nicht ob es da noch irgendwie was gab Was cool war Was euch noch besonders gefallen hat Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben Würde mich mal interessieren Ob ich da vielleicht irgendwas vergessen habe Und ja ansonsten wünsche ich euch allen noch besinnliche Feiertage Verbringt schön viel Zeit mit euren Familien Beziehungsweise mit den Menschen den ihr gerne habt Und ansonsten war es auch von mir Ich hoffe es hat euch gefallen Haut rein Habt noch einen schönen Tag Bis dann Und Ciao